Pallfinger ermöglicht Service auf einer neuen Ebene mit dem vernetzten Service-Tool SmartEye. Das am Kopf montierte Tablet mit integrierter Kamera, Lautsprechern und Display erlaubt Servicearbeiten mit bidirektionaler Live-Unterstützung. Freihändiges Bedienen durch Sprachkommandos, ausreichend Akkulaufzeit für eine ganze Arbeitsschicht und individuelle Positionierung für jeden Anwendungsfall. Ein simpler QR-Code-Scan verbindet Sie per Internet direkt mit unseren Experten. Damit steht einem reibungslosen Service nichts mehr im Weg. Mittels Videochat können zusätzlich zur Sprachverbindung grafische Inhalte, Dokumente und Notizen übertragen werden. Ortsunabhängiger Service bei jeder Wetterlage durch Strahlwasserschutz und Stoßfestigkeit. Mit dem Pallfinger SmartEye sind unsere weltweiten Servicepartner auf alle Herausforderungen bestens vorbereitet. Durch den schnellen Zugriff auf Pallfinger Know-how werden Produktstehzeiten reduziert und Kosten gesenkt. Knowledge on Demand mit dem Service-Tool von Pallfinger. SmartEye SmartEye Smart SmartEye Untertitelung des ZDF, 2020